Hallöchen! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spezialitäten aus aller Welt! Ja, mein Schatz und ich waren, wie man in diesem Video hier sieht, dass es jetzt genau vor meinem Gesicht ist, in Tokio. Waren wir hier gewesen? Genau, in Tokio. Und natürlich, die Asiaten, die sind ja immer etwas eigenartig mit Nahrung. Und da haben wir tatsächlich etwas eingekauft und zwar sieht man das mal hier. Und das muss natürlich alles verköstigt werden. Und dadurch, dass da einiges Eigenartiges dabei ist, wollen wir euch daran teilhaben lassen. Und da legen wir jetzt mal los. Da kommt noch so etwas Grünes mit grünen Pflanzenblättern. Die sehen ein bisschen aus wie die, wo man daheim nicht pflanzen darf. Wie heißen die? Hanf. Hanf, ja. Aber ob das sowas... Und zwar mal voll stoned, wenn wir das essen. Ja, ich glaube schon wieder so grünlich. Jägermeister. Das soll grüne Tee sein. Oh, der hat einen Hochgeschmack. Dein Hochgeschmack ist ekelhaft. Mal gucken, ob die Bella für Ende fuhr wird. Also riechen tue ich jetzt mal nichts. Hat leichte Grünen. Geschmack. Geschmack kann ich nicht zuordnen. Aber mir schmeckt es nicht. Das sieht schon wieder als so vielversprechend ausgeführt. Blätter. Wieder so grüne Blätter. Ja. Oh. 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 Oh Gott. Rechno. Ach du Scheiße. Oh ist die grün. Die ist ja grün. Die ist genauso grün wie die Verpackung. Ja. Oh. Ne. Mh. 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 Ist das wirklich Schokolade? Oder ist das einfach nur grüner Tee geprescht? Das sind Dinge. Das sind Alge. Da ist das. Oh. Wie Alge. Aber wollen wir mal der Experte. Entscheidenlos. Mh. Der Schnauschlag. Schminken tut es, als würdest du gerade eine Tasse Tee trinken. Ja. Okay. Gar nicht schlimm. Um diesen ekelhaften Geschmack wegzuspülen, haben wir natürlich auch eine Kleinigkeit zu trinken hier. Wir wissen wirklich nicht was es ist. Es ist aber zu trinken, wenn man hier an dem Bröerschen unschwer erkennt. Moment. Na dir licht immer stilecht Zweepelser aus dem Römer japanische Wein trinken. Oder Sake oder so. Also. Das riecht noch Schnaps. Wie das? Schnaps. Oh, das ist so klar. Moment. Oh. Das riecht ein bisschen wie Spiritus. Ja. Ich möchte erwähnen, dass das ein Röschchen drauf hat. Ja. Also das ist, das kriegen die Kinder so morgens. Ja, ja. Dann in die Schule. Ja. Alla hopp. Neulikop. Wie ganz billige Boi. Ja, aber rotzbillige Boi. Ganz billige Boi. Also er schmeckt überhaupt nicht so, wie man erwartet wie er riecht. Ne. Ich habe erwartet, dass das jetzt voll zwiebelt oder so. Oder irgendwas. Ne. Jetzt probiert auch die Bella. Die riecht ja mal erst. Die natürlich, die trinkt ja überhaupt kein Alkohol. Es schmeckt wirklich nach dem Aussatz, so wie es riecht. Vertrauen wir. Nur deine Brust. Ja, du schmeckst ja gar nichts. Doch, das schmeckt man schon. Guck, jetzt siehst du, wie es schmeckt. Den durfte ich allein trinken. Als nächstes kommt was, wo man sogar dafür arbeiten muss, um sein Essen endlich zu kriegen. Jetzt sind wir noch sehr gespannt, wie das funktioniert. Denn, wenn man das so rausholt. Oh lieber Gott. Ja. Oh. Das ist richtig Arbeit hier. Also gut. Okay. Deswegen nehmen wir zuerst die 1. Ja, was machen wir mit dem? Öffnen die. In die Nummer 1 musst du Wasser reinfüllen. Wie viel? Moment. Da, die Ecke. Die Ecke, alles klar. Und was mache ich jetzt mit dem Wasser? Ja. Das kommt in die Ends neu. Ja. Achso, dass die Masse stehlt. Dann wird die aufgerührt nämlich auch. Ja. Oh, die fängt auch zu gut aus. Ja, weiter. Machen. Ja, weiter. Ja. Jetzt kannst du die Nummer 2 reinfüllen. Bitte die zweite so. Oh. Also es riecht wie Kaukuchen. Kommi. Und dann die 3. Und die 3 kommt in das Behälterchen nebendran rein. Okay. Okay. Aha. Und dann wird was gemacht? Dann machst du dir da was auf den Löffel drauf von diesem blauen Zeug und tunkst es drüber in. Brennt es irgendwie? Das ist geil. Wirklich? Das ist saugut eigentlich. Kaugummi. Kaugummi. Ich finde es geil. Ich bin ja schon so hakt. Ja, etwas. Ich mag vielleicht Körterballkrach. Aber das ist ordentlich braus. Und Kaugummi? Zitonenkaugummi? Irgend so was? In der Art. Wenn ich das sehe, weiß ich nicht. Ist das Toilettereinigungsmittel? Hehehe. Oder was zu essen? Schau mal. Weil es sieht ja abenteuerlich aus. Ach du Gott. Ach du Scheiße. Musst du auch noch zusammenbauen. Scheinbar drauf. Also es ist mir selbst erklärend. Es ist mir jetzt nicht so, als ob man da... Als erstes musst du hier den Deckel drauf machen, steht da. Und dann den Spülkasten. Das Grüne. Musst du erst neu. Also das ist wirklich eine hohe Physik, nur um etwas Süßes zu kriegen. So. Jetzt haben wir. Oh. Jetzt kommt da Wasser neu. Und jetzt kommt so die Sensation. Man macht den Toilettedeckel auf und trinkt das dann aus der Toilette raus. Der Sinn ist mir entgegangen, was das so ist. Warum man aus einer Toilette trinkt. Das soll... Sieg und sag. Ist ganz gut. Also ich muss mal ernst gleich... Das wird ja fest. Ich muss ernst gleich vom Pfannehäu sagen, ob es gut schmeckt oder nicht. Es ist ein bisschen ein seltsamer Gedanke in der Toilette und dann... Doch. Ich stelle euch nur an. Ja, das ist sowieso Brause. Das ist Brause gedöhnt. Wenn einer Englisch kann wissen, was das da oben heißt. Er weiß es nicht, er kommt kein Englisch. Das heißt dauernd kauen oder sowas. Auf jeden Fall so irgend so... Wir wissen wirklich nicht, was es ist. Doch, das sind saure Gutschen. Das sind keine Insekten. Du, die Sender-Schokolade... Oh! Nein, nein. Es wäre schön, wenn es sauer wäre. Das sind keine Insekten. Seck ich ihn schon mal scharf? Hör auf. Hör auf du sie raus. Genau du sie raus, Matthias. Mathi... Oh Gott, sind die Dinger scharf. Willst du ein Stück Brot haben? Ich schluck Milch. Hör mal Milch. Oh Gott! Derjenige Decken... Ich hasse Milch. Ja, Matthias. Ich habe ja eins gegessen. Oh Gott! Hör auf. Hör auf. Ja, Matthias. Das war eigentlich ganz okay. Ja, es geht so. So arg ist es auch nicht. So arg ist es auch nicht. So und jetzt... Also... Komm! Nimm den in den Mund! Ah ja! Was hieß denn? Scharf! Scharf? Ich habe nur... Oh, meine Zungenspitze! Oh, oh! Ich habe jetzt Nutz reingelegt, aber... Aber... Spezialitäten aus aller Welt wären nicht Spezialitäten aus aller Welt, wo man nicht wirklich was total über drüber Skurriles bringen würden. Darum... Also ihr riecht es nicht! Und darüber könnt ihr auch froh sein, weil... Man riecht es jetzt schon und die Packung ist noch euch schwerst. Was? So... Äh... Fischfutter? Eindeutig Fischfutter! Oh! Oh! Am Spieß! Oh, es stinkt! Eingelegt! Irgendwie! Ne? So! 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 Ganz fertig! Was ist es? Was ist es für ein Tier? Wie drauf abgebildet! Die, die mit diesen... Dreieckigen Körpern und den ganz vielen Fangern. Ich weiß nicht, wie die heißen. Also, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bammel davor, weil ich einfach wirklich auch gar nicht weiß, was es ist! Es ist ein Tier ist. Nn! 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 Oh! Nnnn! Nn! Ich werde schon kotzen, aber dann wird's scharfer wieder rauskommen. Also, ich kann euch ernsthaft jetzt sagen, was es ist. Es schmeckt... Es schmeckt wie Druckerflasch, bloß halt Fisch und ja, ich kann wirklich nicht sagen, was es ist. Also es ist einfach ekelhaft. Guck mal, was mit dem Brüttür in so einer Zunge passiert ist, oh Gott! Okay, wir brechen die Habe, wir müssen zum Arzt. Komm, 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 komm. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist drömming, oder? Das ist drömming. Das ist drömming. Oh. Das ist drömming.